hallo und heute spielen wir mal wieder eine runde roblox und diesmal spielen wir einen simulator und wir können ja auch beanspruchen keine ahnung dann können wir uns hier noch beanspruchen die normalen geschenke die wir uns beanspruchen können wenn wir jetzt hier drauf drücken dann schlagen wir anscheinend automatisch so dass ich nicht machen muss aber wo kann man sich dann sachen kaufen wiedergeburt haustiere aus dem scheinbar können wir noch nichts keine ahnung ich weiß nicht ob das jetzt das ist aber ich mache es einfach erstmal hier ah ok ich verstehe hier kann ich mir diese engstern irgendwie kriegen ah ok 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 ich mache mal bis 1000 würde ich sagen ok so überschlag ach so das ist was zum kaufen aber was kann man sich denn jetzt kaufen kann sich ja gar nichts kaufen also man muss doch irgendwie was machen können um ich schicke das ganze noch nicht ganz so kriegen wir da kommen wir dann warum denn nicht beim ok warum habe ich denn auch wenn man 6.000 ich habe mir das einmal schon vorher gegeben alles klar kommen jetzt den op ja das stehen das stehen auch warum denn noch mal ja ok mhm warte dann können wir uns äh ein ei schmack holen haustiere so alles klar ich hau das mit einem schlag weg ah und jetzt ist man dann anscheinend bei einem anderen ich hau die ja mit einem schlag weg ok jetzt wird es ein bisschen schwerer aber es ist auf jeden fall ein geiler ding ach so ich muss das so lange machen bis ich das nächste freischalten kann ah jetzt verstehe ich das jetzt hat es sich nämlich wieder zurückgesetzt und jetzt muss ich nach was anderem suchen ähm also das habe ich jetzt gemacht mit das hier das ist hier mit da kriegt man nur ein ok ähm gut dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich das nächste da einfach freischalten ne geht ja gar nicht das kostet ja 500 ach so ich muss hier weitermachen das hier muss ich machen aha war das denn gerade das was ich auch gerade gemacht habe oder was ist das jetzt ein anderes ach so ich bin hier schon also leute ist es ein bisschen verwirrend aber ich check es jetzt ein bisschen ok dann kann ich mich müsste ich jetzt hier gegenhauen fänden ja ok ich würde sagen ich mache aber einfach das hier man braucht halt ein bisschen länger jetzt das ist das ding aber wir müssen hier gegenhauen einfach so dann hauen wir das hier mal kurz gegen so ein bisschen da bin ich jetzt wieder beim richtigen ja ok also jetzt war ich auf jeden fall ein bisschen länger und ich sehe schon dass fluss ich ging warum geht der sich denn dahin wenn ich das da aber egal denke ich nicht aber ist auch nicht schlimm also nach dem ding müsste ich fertig sein ja komm schon ich will die 50 mir die 50 das ist doch als ob sie sind ist noch es sind noch zwei wände also jetzt ist es noch eine das ist noch ein bisschen mehr geschwindigkeit ich verstehe also das hat mir jetzt trotzdem mehr Geschwindigkeit geben. Aha, okay. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal ein Haustier. Vielleicht kriegen wir ja einen guten. Oh, legendär. Jo, der gibt mir auf jeden Fall mehr als den Epik-Maser. Okay, dann können wir uns da einmal hintelepotieren. Du hast 30 Minuten doppelte Stärke dran. Aber wo kann ich den denn jetzt auswählen? Schlagbremmer, Handvorsprung, Kopf. Nee. Nee, einladen will ich auch niemanden. Egal. Also irgendwo müsste ich hier das machen können. Handschuhe. Wiedergeburten, Haustier. Egal. Also eigentlich müsste ich sowas haben, wo ich, ähm, wo ich, wie heißt es, doppelte Stärke habe. Aber ich finde es nett. Geschenke. Geschenke. Hier geht es. Drei Minuten kommt es los. Okay. Also, ich weiß gerade nicht, wo ich das finden soll. Egal. So, und jetzt schwachen wir auf die nächste Stufe. Fürs eventuell nächste Video. Ah, wir sind jetzt wieder da. Okay. Nice, nice, nice. täglich. Elf. Ah, elfter Tag. Ah, das kriege ich dann in elf Stunden. Das kriege ich dann morgen, übermorgen und bla bla bla. Okay. Ich würde sagen, dass wir aber jetzt das Thema noch ein bisschen machen. Nötig, ich würde sagen, das war's für den Video schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Wird außerdem auch mein Disco-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie noch weitere Links wie Instagram und Co. Habt noch einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Ciao, ciao.